Willkommen bei Total War Warhammer 3. Wir haben einen neuen Patch und eine neue DLC, beziehungsweise drei gesplitterte DLCs sind es eigentlich. Und ich möchte mich in diesem Video erstmal mit den Zwergen auseinandersetzen und euch nochmal zeigen, was gibt es da alles Neues. Den Malakai Makaisen, wenn ihr den sehen wollt, da werde ich auch jetzt ein geschnittenes Let's Play zumachen. Könnt ihr wahrscheinlich jetzt oben rechts irgendwo sehen. Und ansonsten werde ich hier erstmal grundlegend alle Informationen, die ich zumindest jetzt direkt zur Verfügung habe, zu den Zwergen nennen. Wobei ich jetzt nicht jede einzelne Einheit nochmal einzeln vorstellen wollte. Da gibt es ja auch genug, was wir finden können. Mir geht es erstmal darum, was hat sich jetzt geändert bei den Zwergen? Was ist Neues dazugekommen? Sind sie jetzt spannender? Denn die Zwerge haben ja oft das Problem gehabt, dass sie sehr langsam leider auch nicht so spannend waren, wie sie eigentlich sein könnten. Und ich hoffe, dass das sich jetzt mit diesem Patch geändert hat. Und wir werden das mal mit Malakai Makaisen testen. Aber hier kriegt ihr erstmal kompakt alle Informationen. Und ihr könnt dann selber entscheiden, ob ihr vielleicht auch nochmal den Malakai Makaisen kaufen wollt oder euch generell nochmal mit den Zwergen auseinandersetzt. Und hier sehen wir unsere Neuerungen der Zwerge. Wir haben oben einmal ein neues Fenster oder ein relativ neues Fenster. Wir haben ein Zeitalter der Rache. Und wir müssen jeweils ein Zeitalter der Rache abschließen, um gewisse Vor- oder Nachteile zu bekommen. Also Vorteile natürlich meistens, aber es werden immer Nachteile dabei bleiben. Zum Beispiel sehen wir, jetzt wo wir jetzt sind, also wo wir noch kaum irgendwelche Groll irgendwie beigelegt haben, kriegen wir sehr wenig Kontrolle, weniger Wachstum, Unterhalt, mehr viel Groll-Tilger. Zu den Groll-Tilgern komme ich dann gleich noch. Und das geht halt so weiter. Jetzt zum Beispiel können wir im zweiten Schritt auch die Groll-Tilger-Armbus-Schützen und Slayer. Können wir jetzt auch rekrutieren. Das können wir vorher nicht. Und die Kontrolle ist nicht mehr so schlimm und so weiter. Die Effekte gehen halt einfach runter, bis sie dann irgendwann hier nur noch positiv werden. Also mehr Kontrolle, mehr Wachstum da ist und ihr auch immer bessere Einheiten kriegen könnt. Und das Upkeep, also Unterhalt tatsächlich, dann noch weiter runter geht. Das könnt ihr euch hier genau anschauen. Das ist relativ geradlinig. Nichts unbedingt Ungewöhnliches. Jetzt zum neuen Groll-Buch. Das neue Groll-Buch hat verschiedene neue Ideen dahinter. Erstmal die legendären Groll-Tilger, legendäre Kommandanten und die Groll-Tilger. Diese Söldner, die wir eben schon erwähnt haben. Die legendären Groll-Tilger, das sind fünf Seiten. Ihr seht es oben links, zehn Stück. Zehn große Groll-Tilger, die man halt beilegen kann. Und die sind ja eigentlich wie so ein Kampagnen-Sieg, kann man eigentlich sagen. Und hier könnt ihr halt sehen, was kann ich da machen. Ja, es ist halt sehr krass. Zum Beispiel jetzt hier müsst ihr schauen, dass ganz viele Gebiete in der Fraktion der Zwerge zugehören. Das ist so das Thema. Ihr kennt es mittlerweile bei Total War. Es ist natürlich cool, dass es das gibt. Ist aber jetzt natürlich nicht irgendwie weltbewegend, irgendwie eine neue Idee, dass man da eine ganz neue Mechanik eingeführt hat. Dafür kriegt ihr aber dann Berge der alten Welt und des grauen Gebirges. Könnt ihr dann ein Tunnelnetzwerk begehen, was ganz nett ist. Das heißt, ihr habt dann irgendwelche Vorteile, auch immer die dazukommen, die bei jedem halt dazu gegeben werden. Kommen wir ja gleich nochmal zu. Aber ihr seht, was ihr natürlich dann übernehmen müsst. Wenn ihr schon hier drauf klickt, dann seht ihr, wie wir uns durch die Karte bewegen. Wir sind jetzt zum Beispiel im Fluss der Verdammten. Verdammtes ist hier unten. Natürlich sind da auch Zwerge, aber die Zwergenfraktionen, sage ich mal ehrlich, sind nicht so kompetent gewesen. Kann man jetzt mal sehen, wie es sich beim Neuen gibt. Und wir sind hier oben. Das heißt natürlich, gewisse Grudges, also gewisse Rolle werdet ihr auch sehr schwer nur machen können. Außer ihr wollt halt wirklich so ein bisschen Welteroberung spielen oder halt irgendwie mit Schieß vielleicht euch durch die Gegend bewegen. Ihr seht schon Düstersee und südliches Weltrandgebirge gehört uns. Also gehört in irgendeiner Zwergenfraktion, so muss man es sagen. Und deswegen sind die schon mal abgehakt. Dann gibt es das nächste Hochelfen, alle besiegen. Das heißt, ihr würdet wirklich dann auf Ulf 1 und würdet dann hier die ganzen Hochelfen besiegen. Das ist auch natürlich sehr weit weg, aber kann man sich halt als Ziel zum Beispiel nehmen. Für uns, glaube ich, hier oben, naja, auch wieder ein bisschen schwierig. Dann haben wir als nächstes die zweite Seite. Da müssten wir wieder Hochelfen besiegen, aber auch die Vampire, die Echsen, die Tomblords, also Grabsfürsten und auch eben verbranntes Korn. Ihr seht wieder, geht wieder über die gesamte Map hinaus. Ihr seht, ihr müsstet dann hier den ganzen Kontinent eigentlich irgendwo besuchen und halt auch beseitigen. Ich switche hier gerade mal so ein bisschen hin und her. Ihr seht, das ist so die ganze Linie hier runter. Irgendwo sind diese Fraktionen mit dem nördlichsten wird es halt eben Drakenhoff sein. Also hier der Bereich, da könnte man ja noch hinkommen. Ist aber auch eben sehr schwer, aber ist wieder ein langfristiges Ziel. Dann haben wir ein kleines Ziel, was ich vergleichsweise machbar finde. Ihr könnt auch kurz darauf eingehen, was man hier kriegt. Hier zum Beispiel kriegt man Walls Amboss, ein Gebäude freigeschaltet. Müsste halt hinten den Ulf 1 dann bauen. Hier kriegen wir einfach nur Eidgold ganz viel dafür. Da können wir ja zwischen der Schmiede bedienen. Die ist ja standardmäßig immer noch dabei bei den Zwergen. Dann haben wir hier einmal die Option, die Züchterclan und Skryer auszulöschen. Also Skavenblight und die Höllengrube. Das sind ja die beiden Städte, die kennt man ja auch mittlerweile. Die sind dann relativ leicht zu besiegen. Ich würde sagen, Skavenblight wäre für uns jetzt schon ein bisschen nerviger, weil wir da runter müssten. Aber wir könnten halt einfach sagen, ja gut, können wir machen. Einfach mal so eine Expedition da hinschicken, wenn es relativ ruhig im Norden ist. Wobei die Position hier drumherum, ich glaube, sehr ruhig wirkt es nicht. Aber das ist ja nur für Mark Heißen so. Bei den anderen Zwergen sieht das ja vielleicht anders aus. Und da kriegt ihr dann, ruft die Berge, ein eigenes Territorium, beschwört eine Einheit Bergarbeiter. Ja, ist auch ganz nett. Und wieder wie immer den Groll, der ist gleich noch wichtig. Da kommen wir dann als letztes noch zu. Dann haben wir hier die Gefallenen. Das heißt, wir müssten hier die Chaos-Zwerge auslöschen und dann sogar noch die grünen Leute. Aber vor allen Dingen eben die vier verschiedenen Fraktionen der Chaos-Zwerge. Ihr seht, sie sind alle hier am Rand. Könnte man zum Beispiel machen, so als langfristiges Ziel, finde ich gerade für Mark Heißen nicht schlecht. Und ihr kriegt dann ein Relikt der Zwerge und ihr könnt hier euch sozusagen hin und her teleportieren, sag ich jetzt einfach mal, von Karak Azorn zu Utskulak. Das nächste wäre dann die Waldelfen besiegen. Die beiden, die nervigste Fraktionen war es zumindest immer so, die man besiegen kann. Und wenn ihr da dann dieses Gebiet einnehmt, das wisst ihr ja, das ist ja recht nervig, das einzunehmen, dann bekommt ihr Wahrzeichengebäude in der Ewigen Eiche frei. Das heißt, ihr könnt die Ewigen Eiche dann auch mal ein bisschen nutzen, was ganz cool ist. Müsstet auch nicht so viel einnehmen für die Zwerge. Belliger Eisenhammer, der hier unten spawnt, da wäre das ganz gut zu machen. Da könnt ihr relativ, naja, leicht, das ist bei den Waldelfen immer schwierig gesagt, aber ihr könnt zumindest relativ nah dahin kommen. Dann haben wir noch die legendäre Grolle. Das wäre jetzt das, was ich zum Beispiel auf jeden Fall in der Kampagne machen würde mit Mark Heißen, nämlich den Norden einfach einnehmen, die Norsker Gebiete. Ihr seht, da braucht man halt die ganzen Nordgebiete, das ist relativ nah aneinander. Und ihr habt dann Abgrüßzeit für Reisen im Tunnelnetz, Wegenetz, minus drei Runden und ihr kriegt wieder Grollen, natürlich. Und dann die Dunkelelfen auslöschen, das sagt euch ja auch wahrscheinlich allen was. Und wir kriegen eine einzige Art Zwergenfürst dafür und den können wir halt rekrutieren. Und dann noch die letzten, nochmal die Goblins und die Skaven auslöschen. Karak 8-Gipfel, diesen Streit kennen wir ja auch schon alle. Die Halbmunde relativ einfach, klar, muss meistens sehr stark. Müsste man jetzt wieder sehen, wie das geklappt. Also ob das jetzt vielleicht schwächer geworden sind. Und wir würden dann mehr Groll-Tilger, für Tiger sagen, Tilger, Einheitenkapazität pro Armee haben. Und wieder Groll bekommen, natürlich, wie immer. Und die Silberfeste, das finde ich eigentlich relativ einfach. Also, ja, ihr könnt halt die Silberfeste einfach reinnehmen und müsst halt irgendwie ein Gebäude noch bauen. Also die versiegenden Gräbe, weil halt irgendwie das Untote dann da zurückhalten können. Das ist relativ leicht, gerade für die Zwerge hier unten. Für uns natürlich wieder eine große Expedition. Aber dann könnten wir halt auch wieder ein Wahrzeichen Gebäude freischalten. Also man hat auf jeden Fall viele Optionen, gerade für Abenteuerlustige, wenn man jetzt wieder gut drin ist und sagt, ey, ich habe jetzt Bock einfach mal irgendwo mit meinen Zwergen vielleicht auch sogar so ein Exidus zu machen. Dass wir einfach sagen, ich gehe Hauptstadt raus, gebe die auf und gehe dann irgendwo hin und nehme jetzt die Wild-Silberfeste, fände ich jetzt da sehr anbietend ein oder gehe hier Clamence vernichten, halbmone wird meist selber vernichtet. Gehen wir ja Karak-8-Gipfel, weil das ja auch manchmal herausfordernd sein kann. Aber das ist doch auf jeden Fall eine nette Weise, davor zu gehen. Netter wirkt das dadurch, weil ihr auch eine Motivation dafür habt. Ihr könnt nämlich hier auf legendäre Kommandanten gehen. Da sind natürlich unsere typischen legendären Kommandanten drauf. Und dann geht es darum, dass ihr die, ich sage mal, gezwungenermaßen konfigurieren könnt. Je nachdem, wie viel Groll die geleistet haben, wird das teurer. Je mehr ihr geleistet habt, desto billiger wird das. Eine ordentliche Summe. Wenn ihr bedenkt, dass jeder legendäre Grollen nur auf 2500 gibt, braucht ihr da schon einiges für. Genau. Und das wäre das. Mehr kann man eigentlich nicht so sagen. Ich finde es sehr cool, wenn ihr es halt zum Beispiel sagt, ich würde jetzt gerne noch bei der klassischen Fraktion, die es am Anfang mal gab, den also Torrim, Golbert einnehmen. Dann müsstet ihr den halt bezahlen dafür. Könntet ihr aber dann in euer Gebiet erweitert und dann einen anderen Schauplatz noch mitnehmen. Ist natürlich schon auch heftig, weil damit eskaliert das Spiel natürlich mehr. Aber ist natürlich eine coole Mechanik, weil man es halt sozusagen erzwingen kann, was ich sehr gut finde. Und das wäre eigentlich so das Buch der Grollen. Wichtig ist dann noch, und zwar sind das diese Tunnel-Netzwerk-Knoten noch zu erwähnen und noch Wissenschaft oder Forschung. Wir haben diese Netzwerk-Knoten, haben wir eben gesehen, das kann den Cooldown, der kann hinabgesetzt werden durch einen von den legendären Grollen. Bei den Ungi des Chaos, also wenn wir den Norden einnehmen, haben wir minus drei abgelenkt Zeit für diese Reisen durch das Tunnel-Netzwerk. Das heißt, wenn wir diese auch hier einnehmen, zum Beispiel hier oben, dann haben wir einen Teleporter-Punkt und könnten dann zum Beispiel hier uns weiter nach unten teleportieren und so weiter. Ihr seht hier, das ganze Netzwerk zieht sich hier durch die Berge hindurch, hört dann hier unten auf. Dafür muss man vielleicht wieder einen legendären Grollen besiegeln. Man hat aber hier dann eben in dem Zentrum ganz viele von diesen Knotenpunkten. Oben sehen wir auch nochmal einen, da wo die Chaos-Werge ja eher sind. Aber da könnt ihr euch dann tatsächlich hin und her teleportieren mit einem Abklingzeit. Finde ich ziemlich cool, gerade wenn ihr eben einen legendären Lord konfederiert. Es ist sehr sinnvoll, sich natürlich dann auch hin und her bewegen zu können mit euren stärksten Armeen, was eben eine sehr gute Sache ist. Mackay-San selber hat dann keine Bewegung mehr Untergrund, sondern er kann halt Überquerung per Luftschiff machen. Das heißt, er kann halt, da hat, ne, üblich, wie wir es bei Zwergen kennen, das ist ein Bude, das ist ja nochmal selber, obwohl es jetzt ein Luftschiff ist. Wir können uns hier noch immer durch die Gegend teleportieren, sag ich mal, schneller bewegen, ohne dass uns Berge oder sonst was im Weg stehen. Dann haben wir noch als letztes die Forschung. Dies ist auch neu, dass man nicht mehr 100.000 Forschung irgendwie forschen muss, bevor man zu irgendwas Sinnvollen kommt. Man kann hier mehr aussuchen. Ich finde die Tech-Trees bei Warhammer ja immer sehr simpel und das ist ja auch simpel hier nochmal gemacht. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach sagen, okay, hier diese Art der Gilder, das sind die ökonomischen Sachen, die wählt ihr aus und könnt dann auf schwere Mahlsteine gehen, die verschiedenen Richtungen einnehmen, die ihr selber gerne haben würdet, sodass ihr da für euch einen besten Vorteil heraus sucht. Und dann seht ihr 0 von 7. Wenn ihr 7 von diesen Forschungen, egal welche Art geforscht habt, finde ich besser als das Vorhergesystem auf jeden Fall, dann könnt ihr eben auch weitergehen und dann müsst ihr 5 davon erforschen, um zu letzten großen Punkten zu kommen. Hier ähnliches Prinzip bei den militärischen Forschungen. Zum Beispiel würde ich ja jetzt vor allem bei Mark Keisen auf die Luftschiffe gehen wollen. Das heißt, ich würde versuchen, möglichst schnell hier hin zu kommen. Ich würde am Anfang gucken, dass ich noch etwas Sinnvolles mache, wie zum Beispiel keine Milizwaffen oder hier meine Schildträger, weil ich die ja jetzt relativ leicht auch beschwören kann oder rekrutieren kann und das finde ich dann erstmal Waffen und danach würde ich halt auf die Größe angehen. Braucht immer Altgold, müsst ihr dann denken dafür. Das heißt, ihr müsst auch ordentlich mal eure Grudges machen oder die Missionen erfüllen, sodass ihr auch ab und zu dann eben euer Altgold bekommt. Und das ist eigentlich alles. Gut ist auch, dass wir halt die Schild-Zwergenkrieger also relativ schnell jetzt auch beschwören können, weil vorher konnte man eigentlich immer nur die Bergwerker holen. Ich fand die auch eigentlich okay, aber je nachdem, welche Armee ihr gegen euch habt, war das natürlich schon hart, dass ihr jetzt Zwergenkrieger halt direkt beschwören könnt, also als T-Null-Einheit wird es ja manchmal dann genannt. Das heißt, ihr könnt die einfach sofort rekrutieren. Die sind ja auch sehr stark. Also ich fand die immer sehr, sehr stark im Sinne von Anfang und Early-Game. Nachher fallen die natürlich für die Fliegen, aber gerade im Early-Game sind die recht gut als Tank und würden natürlich für unsere Luftschiffe zum Beispiel gute Ablenkung bieten. Dann haben wir natürlich noch neue, wie gesagt, neue Einheiten, habe ich eben ja schon genannt. Das wäre jetzt Slayer. Und da gibt es diese Donnerbarke noch, wo wir einfach mal drauf schauen können, wenn wir uns diesen Trier ansehen. Das ist diese Donnerbarke, die ist T5. Soll wohl extrem stark sein, können wir uns ja dann im Let's Play mal anschauen. Aber das packt so eigentlich alles zusammen. Da gibt es bestimmt noch ein paar andere Sachen, die bestimmte, hier zum Beispiel Geist Gungnis ist jetzt für Mark Heisen ja nur relevant, aber dass ihr bestimmte Einheiten noch dazubekommen habt, die es vorher nicht gab. Auch eben neue, einzigartige Einheiten, die ihr rekrutieren könnt. Aber das wäre alles. So, und das wäre die grobe Übersicht. Die habe ich jetzt auch, wie gesagt, in diesem geschnittenen Let's Play mit drin. Da wird bestimmt noch was vergessen sein. Schreibt mir einfach drunter, was noch fehlt, damit die Leute Bescheid wissen. Wenn ihr da mehr von sehen wollt, also auch zum Empire, das ja auch überarbeitet worden ist, oder zu neuen legendären Lords, dann lasst mich einfach wissen mit Abo, Daumen hoch, Kommentare, ihr kennt das Prinzip. Aber dann würde ich das natürlich auch machen. Sonst wäre das einfach mal so ein Experiment, das ich für mich gemacht habe, weil ich liebe die Zwerge an jedem Universum. Und dann werden wir uns dann im Let's Play mal anschauen, ob die auch wirklich gut sind, ob ich mich wieder nur die ganze Zeit aufrege. Aber dann könnt ihr ja meinen Rant sehen. Also ist ja auch in Ordnung. Also vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns.